Komm her! Was sollte die Bevölkerung Jaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten von Yara. Stimmt's, Admiralin? Das ist kein Krieg. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Sie sind wenige, wir sind viele und... Hört ihr das? Libertad? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der gewalttätigen Bande, die man als La Moral kennt? Jeder, der Jaras Militär angreift oder unsere Wirtschaftsinteressen, ist kein wahrer Yarana. Meine Strategie dagegen lautet... Bei dieser Strategie? Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Der Osten ist sicher. Habe ich recht? Ja. No preoccupis, por nada. Und Cut. Bin weg. Senor Presidente. Admiralin? Schön, Ihre Stimme zu hören. Da willst du eigentlich mal, wie sie aussieht. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe Schulkinder in L.S. für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Admiralin? Sie, ähm... Sie haben Unterstützung. Von Libertad und den Legenden. Ich habe Ihre Karriere stets interessiert verfolgt. Wählte Sie persönlich aus. Aber machen Sie sich nichts vor, es standen erfahrenere, qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl. Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen. Sie waren eine Frau in Uniform. Ich glaube, die wird jetzt ganz schön sauer. Da war eine Karte. Halt er durch. Sie hat jetzt aber nicht mehr, ne? Ne. Ja, da ist ein bisschen anders gelaufen, als wie ich mir gedacht hätte. Die. Erledigung der Zahnärztin. So, gibt es hier einen Zimmer-Service. Da haben wir schon mal Schlüssel. So. Und dann haben wir auch die Truhe. Ein MP40. Ist das nicht ein Maschinengewehr? Was, oder Maschinenpistole. MP steht ja für Maschinenpistole. Was der Amerikaner am zweiten Weltkrieg hat. Ist nicht der MP40? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da bin ich nicht fit drin. So was. Aber ich meine, das wäre das Ding gewesen. Was mache ich nicht eigentlich. Wir sollten das nächste Ziel aussuchen. Machen wir den Konvoi. Komm. Aber, wir nehmen den hier und springen von da aus dahin. Ich glaube, ich bin sinnvoller. Da gibt es auch wieder Quests. Hey, Danny. Hast du schon die Bauern rekrutiert, um den Pass anzugreifen? Denk dran. Das Passwort lautet Knuckleball. Noch nicht. Glaubst du nicht, ich schaffe das allein? Die Leute müssen das Gefühl haben, Teil des Kampfes zu sein. Und die haben Raketenwerfer und anderes geiles Zeug. Denk dran. Der Star ist die Mannschaft. Aber ich gewinne lieber alleine. Das war ein Scherz. Ich denke drüber nach, deine Superfans zu rekrutieren. Gracias. Ich glaube, ich habe gar nicht hier eingesammelt, die Sachen. Der Checkpoint wieder nicht bewacht. Ach, jetzt schuldig. Dann würde ich nicht beschützen. Komm, da. So, jetzt haben wir sie ehrlich. Einfach hupen, ne? Dann weichen die schon aus. So. Ähm. Mal kurz hier markieren. Da. Ähm. Nehmen wir das Auto. Das brauchen die eh nicht mehr. Alter. Wie soll denn das? Ich muss nachladen. Ich war schon nicht mal geschossen. Warum musst du nachladen? Habt mal euer Checkpoint hier auf. Oh, nee. So. ist ja grausam mit euch hier die nicht wahren iraner moin ich habe auch gedacht ich würde zu so ich glaube ich habe den konvoi intakt die sind noch nicht mal auf dem pass warte lieber bis sie da sind oder auch nicht deine entscheidung muss erst mal hinterher kommen jetzt eigentlich nicht gedacht ja schon direkt den konvoi zu finden ich habe ich doch zu fuß niemals da nicht wie soll ich da hinterher kommen bei gillet anhalten wo die auch nicht war ja macht ja auch sinn dass die nicht anhalten ich brauche mein fahrzeug jetzt hilft nix da ist eins so jetzt gibt gummi es ist nicht unbedingt das schnellste fahrzeug aber es ist schnell genug um die einzeln das rohr einfach gerade mal das rohr schlechter zeitpunkt ich weiß ich weiß ich bin gleich da er schießt mich nicht ich habe einen panzer hier und ich habe nichts für gegen den panzer so ruhig mal handgranaten panzer faust irgendwas aber sowas habe ich halt einfach alles gar nicht ich kann einen baseball werfen was soll ich denn den panzer machen ich bin ich bin hat ich bin bist du denn irgendwie hier rein? weg von dem Panzer Also ich hätte gerne den RPG. Ihr geht was gegen den Panzer? Gold. Du hast also den Konvoi angegriffen. Ja, Kondron ist mit dem Geld unterwegs zu dir. Gute Arbeit, Dani. Das Geld wird unserer Sache sehr helfen. Admiral Benitez hat die Patrouillen verstärkt, also sei vorsichtig auf den Straßen. Okay. Offenbar haben wir es dir zu verdanken, dass die Blockade von Santuario weg ist. Ähm, ja doch, ich meine, den Namen erinnere ich mich. Kann durchaus sein. Dass ich da, ähm, meinen Anteil dran hatte. Eigentlich wenn ich hier auf die Kugel schieße. Die geht kaputt. Aber guck mal hier, die geht nicht kaputt. Ah doch. Die braucht nur ein bisschen länger. Aufsache die Dose hält auch ein bisschen. Die Pappbecher? Ah, das sind Glasbecher. Schon irgendwie witzig. Egal. So, wo sind wir denn jetzt? Sind das mehrere Konvois? Ne, okay. War nur der eine. Da haben wir noch die Quest. Das fünfte Mitglied. Da. Da. Ich glaube, hier ist es schneller. Während des Kampfes? Wem kämpfe ich denn? Wobei ich eigentlich gerne mal, äh, lieber hierhin wollen würde. Kämpfe ich mit denen da? Den Bekloppten, die da gerade weiß ich wohin fahren? Mit kämpfe ich denn? Ach, Spiel. Ah, du guckst jetzt, wer geschossen hat, oder was? Sanitäter. Oh, oh. Oh, oh. Halt doch mal still. Ja. Müsst du eigentlich gleich explodieren bei dem Tank, oder? Warum interessiert ihr das eigentlich nie, wenn deren Tank brennt? Ups, jetzt brennt hier die ganze Kokosnüsse. Oh, die brennen gut, die brennen gut. Tut mir leid wegen eurer Kokosnüsse. So, schnelle Reise dahin. Ich will mal gucken, ob wir nicht tatsächlich jetzt, ähm, einen Passaford kaufen können. Wir sind hier Stufe 8. Wie geht es dir? Hallo. Ja, das war auch ne Quest. Und, was hast du? Vorräte fallen vom Himmel, Dani, und wir wollen sie haben. Sei zuerst da und schnapp sie, bevor dir das Militär zuvorkommt. Hey, danke. Hallo. Hi. Hast du was Schönes für mich? Impro-Waffen? Pyro-Techo? Weil es ist doch jetzt keine, äh, kein, äh, kein RPG, oder? Ah, da, RPG-7. Das wäre doch schon mal was. Ist schon mal besser als nix. Äh, Maschinenpistole. BP-2. Ich weiß nicht, ob da ein Granatwerfer dran ist. Granatwerfer ist doch ne coole Sache. Sieht so aus mit dem Dingern. Das ist doch auch von DRPG. Dann... Schaden macht ja nicht viel. Aber nehmen wir einfach mal beide mit. Einfach mal gucken. Was? So, ähm... So, dafür müssen wir aber eine Waffe dann wahrscheinlich abgeben. So, der macht ein bisschen mehr Schaden. Sollte ich aber eigentlich mal gerade... Ne, soll ich aber mit der anderen Waffe vergleichen. Sehr viel weniger Schaden. Genauigkeit runter. Ich wollte jetzt eigentlich... Waffenschaden... Was ist denn jetzt das Gewehr mit dem... Oder zieht das hier? Ah ne, jetzt zieht es so eine Maschinenpistole. Ja. Ja, was nehmen wir weg? Ich glaube den Bogen nehme ich weg. Den... Ähm... Ist glaube ich sinnvoller. Ähm... Aussehen? Ja, was kann man denn hier machen? Machen wir mal dunkler. Besser getarnt. Talisman. Und die Marken... Ah, hier. Die Voodoo-Dinge. Hat doch was. Oder die Goldbarren? Ne, nehmen wir das Voodoo-Ding. So, was haben wir denn hier haben? Modifikationen. Ah, du... Du bewegst dich schneller beim Zielen. Die Geschwindigkeit von Ziehen und Wegstecken wird erhöht. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Der Waffenschaden bei Gegnern mit niedriger Gesundheit erhöht sich. Du erhältst eine zusätzliche Supremo Ladung wenn du Gegner tötest. Ja... Ist doch nicht verkehrt. Schneller sein. Ähm... Weil die brauchen wir ja eventuell spontan. Kann ich jetzt hier nicht auf ändern klicken? Doch da. So. Haben wir jetzt zumindest erstmal die so ein bisschen ausgestattete RPG. Was? Die auch Jagd auf dich macht. Fauder Typ. So. Ist jetzt nicht besonders schön. Aber... Ab und an brauchen wir die. Äh... Wir könnten uns ja jetzt auch mit dem Telikopter... ...weiter bewegen. Los in주세요. Joker Technische im Day. Auf Wiedersehen. Seben